So, und wir sind auch wieder da, und wir machen den Alteracore. Also für mich rein ins Training, weil ich die ganzen Quests hatte, ich hab bis auf Beldar natürlich. Heißt, brennende Brücke, glaube ich. Muss ich noch machen. Ein paar Quests. Also für mich rein. Also für mich rein. Also für mich rein. Hmm, aber hier ist wieder ein Bug, eh Oh, das ist wieder ein Bug, eh Das war's für heute. 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 Oh my god. Oh my god. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. 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 Hmm.